Stellt euch vor, ihr habt eure beste Runde in Warzone 2 und dann passiert genau sowas. Ich f***e mein Leben. Dieses Game. Ihr könnt nicht glauben, was dieses Game mit mir macht. Dieses Game! Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone 2 Video. Ja, heute schauen wir uns wahrscheinlich fürs erste, das letzte Mal die RPK an. Ich habe meine Klasse noch etwas geändert. Man muss einfach sagen, die Waffe ist auf Long Range bis zum Season 2 Update. Absolute Meter. Es gibt nichts, was da irgendwie ansatzweise herankommt. Es gibt einige andere Waffen wie die Tag 56, die auch ganz gut sind. Aber was das Gesamtpaket zwischen Damage, Reichweite, Präzision angeht, ist die RPK bis zum Season 2 Update. Ja, die alleinige komplette Long Range Meter. Dazu gibt es heute im Video nochmal ein kleines aktualisiertes Klassen-Setup, wie man wirklich das maximal aus der Waffe rausholen kann. Mit der Waffe und der Klasse habe ich auch meinen neuen Kill-Rekord aufgestellt in Solos. Bevor wir jetzt direkt ins Gameplay starten, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt über Warzone, die neuesten Updates und natürlich die besten Lowdowns im Season 2 Update, abonniert gerne den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Oder auch ganz wichtig, check Twitch ab, denn da sind wir regelmäßig live, testen Waffen immer wieder, testen immer wieder, Klasse. Deswegen schaut da gerne vorbei, lasst ein Follow da. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in meine bisher beste Runde in Warzone 2. Let's go! Hallo? Assist City? Das wird ein bisschen weird. Ich wusste doch, ich habe was gehört. Die ganze Zeit irgendwie so ein Cache-Geräusch gehört, als würde jemand Cache aufheben. Ganz weird. Ich habe immer noch keinen Cache irgendwie. Generell, ich muss den oben looten. Alles ist daneben geschossen. Ich habe doch einiges gehabt, der Dude. T-Kills kommen wie am Fließband, was sehe ich hier? Die laufen ja einfach alle rein, ich kann nichts dafür. In die Bot-Lobby, hallo? Also ich muss sagen, Solos, also es ist einer der vercamptesten Modis, safe. Aber gleichzeitig laufen halt wirklich sehr, sehr viele Bots rum. Muss man halt einfach sagen, wie es ist. Oh, ah ja. Was ist das schon wieder? Es ist wirklich eine crazy crazy lobby gerade in Solos, what the fuck Hat er gerade ein Heli auf mich geworfen? Korrekt War das der Sniper? Nein Das war nicht der Sniper eben Ich sehe ihn auch nicht Der ist wieder der Beste Was sagt ihr eigentlich zur Kameraposition? Ich sitze jetzt schon noch schräg zur Kamera aber jetzt noch ein bisschen mehr als sonst glaube ich also meine ich zumindest weil der Monitor auch so ein bisschen angeschränkt ist Was haben die beiden hier gemacht? Das ist wirklich die größte Bordlobby Das ist insane 100% im Gunfight muss ich gleich niesen Der wartet Der Nieser wartet einfach Was macht der unten da? Ich kenne mich ja nicht aus in dem Haus Wahnsinn Grazie Crazy 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 das sind only free kills bis auf die zwei drei kills ich am anfang hatte wo bisschen gefightet wurde free kill city gerade free kill city komplett hausbruch plus gulag ist weg das ist ja jetzt wohnen muss wir warten bis er auf dem field ist das ding ist ich habe halt die perfekte pose ist einfach ekelhaft was ich gerade mache es ist einfach ekelhaft da kommt noch einer ich glaube er fällt einfach auf den boden er ist einfach afk ich glaube ich muss noch einen zweiten hoch sonst bin ich gleich im low ground das wird auf jeden fall eine ekelhafte endzone kann man sagen wie es ist er brennt einfach ok ich glaube ich habe nur gesehen weil er irgendwie so geplant hat ich glaube er hätte diesen bug und mir schießt was ich glaube er ist auf dem high ground ist nicht gut er 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 Es wird sehr ekelhaft jetzt, die letzte Zolle wird ekelhaft. Nein, ich hab gejockt. Ach, Digger, ich hab's gejockt. Ich muss schneller die Kills machen, ich brauch alle Kills. Das Problem ist, die feiten sich alle gegenseitig, sonst hat's die 30er werden können. Ich hab den Dolphin life gejockt. Ah, ich hab mit die Top Position, okay. Das Haus ist eigentlich Top Position. Ich hab den Dolphin, ich hab den Dolphin. Oh, ich hab den Dolphin. Ich hab den Dolphin. Wir haben den Dolphin, du brauchst den Dolphin und den Dolphin, du brauchst den Dolphin. Ich hab den Dolphin, ich hab den Dolphin. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszonen wird fertig. Verstanden. Long roll 3.1. Das Gas. Einschlag. Keine Treffer. Ich f*** mein Leben. Dieses Game. Ihr könnt nicht glauben, was dieses Game mit mir macht. Ich f*** mein Leben. Dieses Game. Warum mitten in der Luft? Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr, Bro. Das ist ja bodenlos. Schade. Mitten in der Luft. Natürlich Gasmaske ist weg, aber warum kommt die Animation in der Luft? Ich bin deswegen gestorben. Ja. Ich bin immer noch gebrochen von dem letzten Tod. Da es hätten wirklich 27 Kills locker easy werden können. Aber die Gasmaske sagt einfach nein. Deswegen schade da. Trotzdem sehr, sehr heftiges Gameplay. Auch wenn ich natürlich ganz klar dazu sagen muss, dass es die komplette Bot Lobby war. Die größte Bot Lobby, die ich bis jetzt in Warzone 2 hatte. Trotzdem 26 Kills. Wirklich sehr stabiles Gameplay. Wir starten direkt ins Klassen-Setup. Und ja, großartig muss man natürlich sagen, das Klassen-Setup ist eigentlich immer noch fast 1 zu 1 dasselbe. Nur das Tuning ist ein bisschen anders. Plus ein Aufsatz, den habe ich jetzt persönlich geändert. Und zwar spiele ich das Ganze bei der Mündung mit der Polarfeuer-S-Mündung. Standardmäßig habe ich eigentlich immer die Talent-Mündung gespielt. Da die theoretisch immer noch so ein bisschen mehr Präzision hat. Allerdings, was die ZV-Geschwindigkeit angeht, was allgemein das Movement angeht, ist die Polarfeuer-Mündung deutlich besser. Jeweils das Ganze getunt auf Rückschussdämpfung plus Zielstabilität. Wenn ihr wirklich so ein bisschen aggressiver spielen wollt, könntet ihr auch die Geschossgeschwindigkeit drauf packen. Ich muss allerdings sagen, Zielstabilität hat mir am besten gefallen. Dazu F-der-Gripper-Unterlauf, in meinen Augen immer noch der beste Unterlauf. Getunt auf Stabilisierung von Rückschuss und Zielstabilität. Hochgeschwindigkeitsmunition, getunt auf Rückschussdämpfung plus Rückschussstabilität. Dazu der DMOX-2-Grip für Rückschusskontrolle, getunt auf allgemein Rückschussstabilität und Zielstabilität. Und das Ziel 11 V4-Visier, getunt auf ZV-Geschwindigkeit plus etwas auf Nah. Und das ist in meinen Augen die beste RPK-Klasse, die man aktuell spielen kann. Sehr viele Pros spielen die Klasse eigentlich fast identisch, deswegen teste das gerne aus. Season 2 steht direkt vor der Tür und ich hoffe, dass diese Waffe endlich gepatcht wird. Es ist viel zu einfach, jeder kann damit spielen, jede Killcam ist gefühlt die RPK, es ist viel zu broken. Ich hoffe, dass das Waffenbalancing in Season 2 wirklich einige Änderungen bringt, mit wirklich neuen, erfrischenden Waffen, die auch gut gebalanced sind. Vielleicht auch 1, 2, 9 Meter Waffen. Ich bin sehr gespannt, schreibt mir auch gerne eure Meinung zu dieser RPK-Klasse in die Kommentare. Testet wie gesagt das Klassensetup. Vergesst nicht den Video und Daumen nach oben da zu lassen, Twitch abzuchecken, denn da streamen wir regelmäßig. Lasst da wie gesagt gerne Support da, abonniert den Kanal. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace. Outro 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 Outro